Ich habe schon Müller mit der Ecke probiert, die große Bauer und ein paar andere Almi-Gurt und jetzt Zotzahne-Joghurt, sechs Sorten und die haben ganz schön verschiedene Styles mittlerweile, hier griechische Art, dann karibische Träume, ich glaube das ist auch eine special dish momentan, Kokos-Weiss-Schokolade, der griechische ist mir sehr gut. Das ist der Bombeer, dann der normale Sahne-Joghurt-Banane, Himbeer-Panna-Cotta, die hatte ich früher immer, die Panna-Cotta, Pfirsich-Panna-Cotta oder Marina-Kirscht, das ist ein Mascarpone-Dissert, los geht's. Ich starte mal mit einem Klassiker für mich, Himbeer-Panna-Cotta, die sind immer so dick und nice. Und dann schmeckt die Sahne. Ganz nice. Jetzt mal amarena-Kirscht, Mascarpone-Dissert, das heißt unten, Frucht, oben. Mascarpone-Anteil. Dann mal so eine Special Edition, Kokos-Weiße-Schokolade, passt ja gut zusammen. Kokos-Säurig. Aber das Schokolade, das krieg ich gar nicht so mit. Dann mal dir nochmal, als Banane. Ich glaube, den hatte ich noch nie. Ein bisschen wie ein Fruchtzwerg für sich, Panna-Cotta. Vielleicht der Schwestern-Beser und Griechschach-Prombeer. Oben Joghurt und Prombeer. Also 10% Fett, so muss es sein. Ja Leute, so Zahn-Joghurt, 6 Punkte. Qualitäts-Joghurt ist doch nicht unbedingt auch nicht schlecht. Kann man definitiv essen. Sagt mir immer Bescheid, welche Joghurt für euch die Besten sind. Und das war's für heute. Also, comment, like, subscribe, of course, to my channel, Brinkbeer. See ya.